So, da sind wir wieder, ne? So, mit der fischen Katze Kassandra, ne? Und was geben wir jetzt an? Okay, dann haben wir unsere Mission. Unsere Mission ist hier, ne? So. Okay. Einen halben Kilometer noch. Dann, aha, neuer Ort entdeckt. Interessant. Ähm, Icarus. Was ist denn das hier? Normaler. Da ist die Kiste. Wir nehmen eine Miste, er arbeitet in der Kiste. Eigentlich können sie so, zack, zack, oder rückwärts. Hm. Wir machen das anders. Wir machen das so. Zuerst den da. Hoppala. Wie. Da haben wir eine Scheiße gebaut. Na. Malacke. Malacke. Seh'nix. Ist unfair. Ja. So. Gib mir mal dein Schild einmal kurz. Du wirst zeigen. So. Du wirst zeigen. So. Sie wollen heilen, ne? Hat er nicht geholfen. So. Haben wir das auch erledigt, ne? Wir nehmen ja alles mit, ne? 6300 haben wir gekriegt dafür. Äh. Okay. Was ist da? Kassandra, hola. Mach' ein Plötchen. So. Äh. Jo. Auf wieder. So. Ach du Weide. Das ist das Weide. Ach du Weide. Heide. Hui. Wo wir mal noch aufreiten machen, ne? Was? Ein Wagen fährt vor? Ja. Ja. Ui. Ja. 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 Los geht's. Kannst du. Los. So gut. Also du bist, du bist ein bisschen krachen. verwirrt kommt mir vorgebt fertig oder was festen auf so passt das jetzt endlich mal lacher sie sind es bloß 1 da oben sind wir also irgendwie zwischen interessanten wir reiten hier und dann der weg geht aber nach hier oben hin jetzt bin ich gespannt wo sie heute würden wir schauen es läuft vorweg ziel aber naja hoffe jetzt da rettet es normal naja Dorf am Bente-Likon. Bente-Li-Bente-Likon. Los! Wir sind da. Aha. Scheinabstasier. Schauen wir mal ein Icarus, ne? Gibt's denn da Schönes zu entdecken? Aha. Eine Schatzkiste. Zwei Schatzkisten. Na. Na, okay. Na, na, na. Na, na, na. Na, Marmorsteinbruch. Na, na, na. Ist das noch was? Der Boot. Er wird in diesem Lager gefangen gehalten. Mhm. Ist denn doch kaputt. Hm, okay. Mal, Freunde. Eingreifend tut ihn an. Okay. Okay. Sorry. Hab ich nicht gewusst. Der Icarus, ne? Ist ein Stritzer. So. Hammersetzer. So, Hammersetzer. Guck mal. Der hat was einsteckend für uns. Das war's. Dann haben wir mal das Stritzi. Na, 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 na. Hey. 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 Stinkst hat er gesagt. Hey. Ja, so. Nee, willst du nicht? Nee, ich will Icarus. Na? Na? So. Jetzt aber, ne? Wollte mal schauen. Ah, das ist ja so normal. So. Dann nicht, ne? Tschüss. Ciao, ciao, Kakao. Na? So. Icarus. Richard saß im Schneckenhaus. Mhm. Ziemlich stark bewacht, ne? Das Ganze. Hm. Und da ist ja auch ein Lager. Ah. Ah. Okay. So. Dann gönnen wir uns einmal den Schatz. Das war sein letztes Wort. Trugen ihn die Engeln fort. Fünf Schatzkisten sind hier zum Erobern. Nicht schlecht. So. Der ist alleine dort unten. Das gefällt mir ganz gut. So. Hoppala. Da ist ja noch einer. Nicht. Das ist ein Passant. Ein normaler. Ein Zibi. Oh. 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 Ich glaube, ihr Bratwurst ist auch wieder da. Ja. So. Den. langsam. Kassandra springen einfach runter. So. Kassandra. Du machst mich fertig. Da liegt wer. Bleib wachsam. Ich finde raus, was das war. Scheiß die Wandern. Was? Kassandra kann nicht loslassen. Tja. Ich drücke. Lass los. Verdammt die Scheiße. Super. Kassandra hast du das gemacht. Echt toll. Weil sie nicht loslassen kann, ne? So. Da. Ich kann mal wieder Buschel sitzen. Pff. Pff. Scheiß. Echt. Nur weil sie nicht loslassen hat können, ne? Dumme Pute. Ja. Was ist? Da. Jetzt kommt der auch noch. Was ist denn das Werner? Ja. Können wir auch killen. Okay. Okay. Also. Er hat mich gefunden. So ein Pärchen für ihn. Oh. Tschüss. Ah. So. Durchsuchen. No. Ach nein. Das ist die Straße des Blutes. So. So. Haben wir jetzt noch einen. Kandidaten. So. Rauf da. Am Pentelikon findet man den reinsten Marmor der griechischen Welt. Ich hörte, der Parthenon besteht daraus. Danke für den Geschichtsunterricht. Danke für den Geschichtsunterricht. Hm. Da ist ein bisschen wachsam. Da ist ja wieder einer. Warte mal. Achso. Das ist ein Arbeiter. Okay. Dann ist ja gut. So. was ist hier auch der schatz so suchen so viel zeit muss sein so noch mal da ist wer es aber keine ahnung was ja dann schau er hat langriff draus zack Tschökelaka! Ach ne, der blöde Trottel auch noch. Leck mich. Hm, normal schon? Könnt ihr mich ewig verstecken vor dir, ne? So, richtiges Marlaka-Typ. Was ist denn das für einer? Oh Mann. Hm? Flettert ein Tier rum? So, Adelangriff. Ah. Viel Spaß, Icarus. Tschüss, Alter. Wieder! So. Haben wir den auch erledigt? Mhm, 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 mhm. Wie, die sind Männer da? So. Dann haben wir das wieder schön auseinander genommen. Die entfindet, wisst ihr? Ja, du weißt nie wo, ne? Wie Kassandra auftaucht. So, Icarus, du könntest ja... ... was leisten. Angriff. Und die Kassandra macht... Erste Hilfe. Hey, 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 hey. So. Das ist unfair. Geh mal weg kurz. Entschuldigung. Weiß ich doch nicht. Geh mal nach oben. So. Die Kassimons, ne? So. Na, 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 na. Du brauchst nicht so viel gehen. Wo kommt denn der Vogel her? Na. Du kriegst uns nicht. Okay. Und los geht's. Und los geht's. Scheiße. Oh, das ist wieder ärgerlich, ne? Ein bisschen angespannt, ne? So. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. So. Gott. Okay. Los geht's, die wilde Reise. Und tschack, weiter. Naja, verpisst dich jetzt. Nämlich Arbeit, Arbeit, Arbeit von mir in den Lager. Hat ganz Betrieb aufhören, ne? Oh, tschüss. Hm, okay, super. Ja, klar, 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 klar. Hm, ich stehe weit weg. Naja. Kann man nicht schon hören? Ja, gut. So, Hammersetzer. Ekeros. Ekeros sagt ihr, ha? Haben wir alles, okay. Machen wir mal nen Schatz. So. Ehh. Tsch. Hm? Was ist mit tauchen, ne? So. Na, ich seh nichts. Okay. Und da ist die Kiste. Und nach oben. Und nach oben. Und nach oben schwimmen. Sehr gut. Wie. Ist der da drin? Hallo. so so wird mich wie weit ist Schaut jetzt weg oder? Ist das ein anderer? Das ist ja nicht die Base oder? Ne. Da ist eine Kiste. So. Icarus, da fehlen noch zwei Kisten. Boah, sind die versteckt? Da hinten. So, mach die Cassandra das hier. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, okay. Was ist das mit euch? Gut zu hören, Bautrachmen. Danke. So. Machen wir uns das noch. Oh, ruck. Jo, was liegt da? Eine schöne Tafel. Mälderischer Ausblick. Suchst du am besten Aussicht? So. Ja, ja, ja. Das machen wir irgendwann einmal. So. Hm, okay. Hm, 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 hm. Das ist hier noch ein Feind. Hui. So, haben wir es jetzt gesäubert alles. No. So. Letzte Kiste. Inne Minimiste. Es rappert in der Kiste. Wie. Tsch. So. Ja. Jetzt müssen wir auf den Kran rauf, oder wie? Na ja, schaut so aus. Na dann. Oh je. Interagieren. Oh, Stufenaufstieg ist sehr super, ne? Das gefällt uns. So. Was machen wir denn? Hm. Wollte das da machen und dann das da, ne? Das kann man verbessern und das kann man zureißen, ne? Aber anscheinend funktioniert das nicht, ne? Das Rad wechseln kann man nicht. Ja, das Rad, das, das funktioniert nicht irgendwie. Keine Ahnung von mir. Hm. Bisschen nervt aber, ne? Ich verstehe es nicht, warum das nicht funktioniert, ne? Hm. Na ja. So. Was ist denn da? Ui, da ist denn da wieder. Hilf mir bitte. Was geht mit dir? Danke. Meine Beine. Du wirst mich tragen müssen. Ja, ja. Ich bin schon unterwegs. Wohin? 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 Ja. Das kriegen wir hin. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. So. Können wir runterspringen mit deinem? Jawohl. Irressant, oder? Du bist ja ein Fisch. So. Hab Dank. Ich muss zu meinem Schiff. Ich bezahle dich gut. Du hast ein Schiff? Ja. Ich kam an Land, um einen Verbündeten zu treffen. Er genießt die spartanische Gastfreundschaft am Ende eines Stricks. Eremus? Ich kam her, um ihn zu retten. Wir können die Mission beenden, wenn du mir hilfst. Sag mir, wer du bist. Schiffsführer Ono Makles. Ich bin auf einer Mission. Und ich muss hier dringend raus. Bartanische Patrouillen könnten uns jeden Moment finden. Du hast recht. Wir müssen zu meinem Schiff. Ich bring dich zu deinem Schiff. Zeig mir einfach nur die Richtung. An der Küste. Südlich des Strandes von Marathon. Warum ist dieses Schiff so wichtig? Es ist nicht das Schiff, sondern die Fracht. Sie muss ihr Ziel erreichen. Was hat es denn geladen? Ich bin dir dankbar für deine Hilfe. Doch das sage ich dir lieber nicht. Wieso nicht? Glaub mir einfach. Was wir tun, dient der Sicherheit und der Zukunft von Athen. Die Mission. Warte mal. Wo ist denn das? Ja, oida. Wo willst du mit mir hin, oida? Komm doch an, schnell. Dann sparen wir uns einen Weg, ne? Ich hoffe, der ist mitgekommen jetzt. Bitte? Ach, nö. Ich bin gel chunk.